Eine kurze Zusammenfassung von der Trainingswoche. Es ist mit dem Spiel heute eine richtig, richtig lange, intensive Woche für uns gewesen. Kein sonderes Spiel, das uns gute Dinge zum Lernen aufgezeigt hat. Wir haben uns gedacht, dass das Match besser und anders verlaufen wird, das ist dann nicht so gewesen. Kann es sein, Müdigkeit, die Jungs zurückmelden in die Richtung. Nichtsdestotrotz, die insgesamte Trainingswoche war gut und positiv, war zufriedenstellend. Das Match nicht.